Guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Internet-Sprechstunde. Unser Thema heute ist Tinnitus. Tinnitus, also die Hörgeräusche, können verschiedenste Ursachen haben. Man weiß, dass Durchblutungsstörungen den Tinnitus verursachen können, aber auch extreme Geräusche, extreme Belastung durch Geräusche und was man mittlerweile weiß, dass auch der Stress sehr stark mit hineinspielt. In unserer Sprechstunde, unserer Spezialsprechstunde für Tinnituspatienten stelle ich immer wieder fest, dass es auf der einen Seite der Stress ist, auf der anderen Seite aber auch die Fehlbelastung des Kiefers, das heißt, dass der Kiefer sich verschoben hat. Das bedeutet, dass das erste Ziel der Behandlung sein sollte, den Stress in diesem System zu reduzieren. Und das ist in erster Linie das nächtliche Knirschen. Knirschen macht Geräusche, es gibt aber auch das nächtliche Zähnepressen, das macht keine Geräusche. Und da werden immense Kräfte frei, die unmittelbar vom Innenohr wirken, also da, wo sich der Tinnitus im Endeffekt ausbildet. Aus dem Grunde setzen wir zunächst in unserer Tinnitus-Sprechstunde eine sogenannte Tinnitus-Aufbissschiene ein. Das ist eine Schiene, die nur im Schneidezahnbereich Kontakt hat und die nicht mehr es möglich macht, mit den Zähnen zu knirschen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir den Biss entsprechend regulieren müssen und da arbeiten wir sehr intensiv mit versierten Physiotherapeuten zusammen, also die Manualtherapie, auch die Osteopathie ist ganz wichtig. Und auch Sie als Patient sind gefordert, das heißt, dass wir Sie anleiten, die sogenannte progressive Muskelentspannung zu machen, damit der Stress insgesamt auch tagsüber abgebaut wird. Entscheidend wichtig ist, dass Sie frühzeitig zum Zahnarzt gehen, nicht bevor schon tiefere Hirnregionen auch in Mitleidenschaft gezogen worden sind, also zum Beispiel das limbische System, also das Schmerzgedächtnis. Also frühzeitig zum Zahnarzt gehen, der sich auf Tinnitus spezialisiert hat. Falls Sie noch Fragen haben sollten, schicken Sie mir einfach eine Mail, beantworte ich gerne, oder kommen Sie zur unverbindlichen Sprechstunde bei uns vorbei. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.